ja oder auch nicht wenn das hier die farbe ja oder nein oder doch oder doch nicht rennen wir lieber lassen wir mal die golems danke ich habe einen wort noch nicht dass sie da dahin der muss gerade laufen oh scheiße du kommst weg du kommst weg du kommst nicht ich komme ich komme schade scheiße ok den kann ich mittlerweile töten da ist wer da ist auch wer ok wir sind überall hätte ich habe fünf kills top scheiße ja aber ich bin supporter und du bist ADC los geht bitte ja ich weiß was Kevin falsch gemacht hat er hat so wenig schaden gemacht deswegen musste ich das machen ja hier tut die die kürze habe ich meistens vorher schon gestorben er will ja ja so geil alle das dass er sich aufmacht hätte wenn ich klären es ist bekomme das Brot aus der Umgebung das ist nicht auch da die Leute kommen sie haben und ich glaube da ist aber ich werde mal sterben ich bin die Kunde so Prozent das ist vor das mein Tor kräftet er mit den Inhibitor natürlich das ist das wirklich knapp werden er hat er sich direkt an der S-R-R-R-E-D er hat dann und ich habe gesagt für die Welt war klar als sie werden in die Inhibitor von kriegen können Oh, sorry. Ich hab zumindest was Sinnvolles gemacht und den Rat geklaut. Ah, ich glaub, nee, keiner. Das steht... What? Sehr schön. ETF. Hast du gerade beide Geister abgekriegt? Ah, ja. Leute, die haben Drang gewordet. 2.700 Kohle gewahrt. 3.400 Kohle. Ich hab 2.000. Ich nü. Ich hab 360, ja. I'm rich. I'm rich. You're rich. Oh, ja. Ben, ben, ben. Nein, ich war... So Paris Hilton mäßig. Ich fahr mal die Mitte ab, ne? Äh, nein, könntest du's bitte lassen? Hättest du jetzt jedes Minion überlegt, so... Hey, hättest du jetzt S-R-E-G-Türtet, das wär geil. Ich fahr mal die, ich fahr mal die Mitte, bam, S-R-E-G-Türtet. Das wär... Äh, ist ja auch nur Minion, ne? Das wär richtig geil, komm, komm, das wär Minion, das wär Minion, das wär Minion, das wär Minion. Ich glaub, die wollen Top-Com, äh, BOT, mein ich. Ja, das zieht da einer an. Ey, das geht, Kollege. Aufs Maul, hä? Ich hab grad keine Worten, das scheiße. Oh, da kommt Amo-Mut. Böses Amo-Mut. Oh, Gott, mit dem? Oh, ich muss die Arme so eine Ulti-Cast'n. Das ist aber lang. Ey, ich töte den. Ich mach den Tell, den Mono-One fertig. Ciao. Oh, Yoshi, heal? Das ist bitter für den. Ihr müsstet mal die Bot dessen. Ich hab mir so viel Leben gehabt. Wie, du hattest nicht mehr genug Leben. Aber ich hab den Tell in Mono-One gemacht. Das ist nicht gut. Komm, den kriegst du auch noch. Und ich hab den Doppel-Tüten damit unterbrochen und nochmal extra Gold gekriegt. Ist das geil. Ja, deswegen bin ich hier gestorben, welcher ganz hoch wäre. Zweit extra, genau deswegen. Ich glaub, ich hol mir jetzt ein Ohm-Zerstörer. Der ist schon fast 200 AD. Ah, das ist toll. We can do this. Das ist schon was, der von Udrich. Das ist eigentlich ziemlich bitter für den Tellen, dass der mich nicht platt kriegt. Naja, du bist eine Leona, ne? Das hab ich damit eigentlich nicht gemacht. Aber trotzdem. Ich bin eben, genau, ich bin eine Leona und kein wirklicher Damage-Healer. Oh, du hast krass viel Stunts und so ne Scheiße. Ja. Stunt bitte. Ja. Eigentlich müsste man Leona mal komplett auf Abhängzeit spielen und da mal gucken, wie viel der Schildschlag noch am Abhängst. Oh, Alter. Wie krass, der Slot mit dem frischen Ding da. Oh, ich hab übrigens dann. Oh, was will er tun? Nein, ich hab auch fast genau so viel AD wie der Tellen und der hat keinen Lifestyle. Ich schon. Oh, meinst du? Ich nicht. Tellen hat Skills, die mit AD skalieren. Äh. Oh, der Ezreal kassiert aber auch gut inzwischen. Ja. Oh. Framerate. Ah. Geht wieder. Ich hab gedacht, wir gehen mal so auf den Ezreal. Am Numo von rechts freu mich. Ja, da ist aber auch noch ein Tailor. Ich kann mal alles drin kämpfen, gell? Oh, wie schnell durchgeilt das so nicht. Ich liebe es, wenn ein Plan zusammenkommt. Nee, ich heile aber noch nicht so viel. Du, mit gleich noch ein spartes Beil, dann hab ich noch ein bisschen Abhängzeitverringerung. Ach, du hast noch mal einen Eder dran. Ach, warum? Was ist denn der Erste denn? Mal da. Hier ist noch ein Amumu. Ah, mittlerweile macht's Neue. Boah, ich wollte den grad noch stunnen, dann hätte ich den Parkier bekommen. Lass mal den da unten ist. Lass mal den Turm hier machen. Ja, ich bin unterwegs. Naja, wie immer da ein Tower. Oh, der weiß, dass ich komme. Oh, ey. Ui, weil dat jetzt... Also dafür, dass das am Anfang so schlecht aussah. Ja, ich sag doch, man muss nicht immer direkt aufgeben. Sag doch auch keiner. Boah, war ne Scheiße. Ja. Ja, gebe ich dir dann nicht. Lass dir jetzt durch oder was macht ihr? Na, durch schaffen wir nicht. Das war so klar, ne? Anzünden. Och, Alter, kotzt du mich an. Ich hab den gestunt, ich hab den gestunt. Er hat doch einen gerungen. Ist runtergelockt, ne? Er ist doch gerade hinten gerungen, ne? Doch, der. Nein! Wieso soll ich den auch noch nicht? Lass mal das. Deutsche, guck mal hier. Ja, oh man, das wirklich schass. Zurück zu. Ihr macht das Nexus, egal. Gegner töten ist wichtiger. Ja, man. Dum 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 dum. Ich kann ja mal hier auch so. Oder hat irgendjemand von denen den Blut? Ja, ich habe das. Ah, auch noch, schon gleich. Nein, das ist ein Mill Much. Es hat jetzt wirklich gut in den Blut vulnerable. er war vielleicht sollten wir unseren Bluboff mal fahren, falls er da ist wenn die nicht kommen äh hier, wir will einen Bluboff ich, 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 ich ja, Lux, komm halt hier ja, so viel Schaden mach ich leider noch nicht oh, puh irgendwie hätte die Lux den besser gebrauchen, wenn dann aber okay glaub ich nicht mein Kurt hat jetzt nur 3 Sekunden Abklingzeit weh, 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 na und? macht dein Kuh überhaupt Schaden? ja, mein, mein Kuh macht Schaden also ich mein, mein Kuh macht Schaden mein Kuh macht Schaden ja, ja wenn die Ziele saliert ist, dann mach ich, ähm ja, wenn die isoliert ist, dann mach ich eh so nicht krass, ne? ha, guck mal, ich kann mich hochheilen was willst du eigentlich? kannst du auch irgendeinen Stun? ja, wenn ich rankommen würde, dann Schaden das hat nur meine Leute in Teil gesetzt und dort ist sie wahrscheinlich entzündet ja das kann die drei Lachen so Leona, Leona nein, das war doch noch mal 8.5 Gold das ist nicht besser Drink the Cup of Tea los meine Kampfbitches töten sich ja den hab ich jetzt dann nicht mehr ne Kevin, wie war das? los Pikachu, Donnershock und dann hast du die erstmal Statiksklinge geholt das war so geil ach ja na schwul sagst du wow ULTI hat mich natürlich noch getroffen 730 Schaden alles klar 730? meine Macht angeblich 900 damage die die 90 Prozent die Farbe in der Mitte mit ich sehe nicht ich bin schnell ich bin schnell ich bin schneller der Verlag oder ein 3 wer weiß das wird wir jetzt mit ihr die ersten die getroffen werden kriegen noch mehr schaden nimmt das immer ab oder nur mindestens 30 Prozent also höchstens man zu dann mindestens Progut haben eine 10 Prozent weniger als er wenn er so ein Zehntrasse die letzten drei Kriegen alle 30 Prozent die t-t-t-t-t-t die hier den Städte Aurelern so ist der Falle der Kälte das ist am Baden hundertprozentig mehr die Hälfte kommen die Mittel Partie haben so ja okay ich habe da mal ab auch ein Tor ich tanze ich bin die Deko Könnt mal kämpfen Sag mal, komm, ich steh hier so ganz vorne so Ey, Leute, Leute, guck mal, die kämpft Ich glaube, ich steh da einfach hier in der Nebenwäsche Aber wir haben keine Wads mehr Richtig Das ist ja der Deutsch-Sinn Ja, ich auch nicht, aber pfff Vielleicht wäre ein Sidestone eine gute Idee gewesen Ja, wie geil Seid nicht alle Hier rechts Jump doch rein, du bist ein Chaos-Six Ich weiß nicht, wie viele noch drin sind Äh, also zwei sind auf jeden Fall hier Oh, ja, die Schuze ist da noch drin Ja, den kriegen wir nicht Wir gehen lieber hierher und gucken mal, ob wir den... Wir nehmen mal mit den Leuten zusammen So, ich entgege ich jetzt, ne? Wir fokussen in der Esri, glaube ich, gehört Natürlich Na dann, wo ist der Esri? Paulus ITA am richtigen Zeit ist das Problem werden wird er mit Stiehler ich mache ja gerade ein bisschen Tänke gemacht ich um jetzt ist der Milde dass das Erdbegriffe ist nicht ja ich will wir brauchen jetzt mal richtigen Fokus bei mir ist es gut lieber Böckner das ist ja auch was ist das für Weiche Eier das ist ein Wörter Porto auch ab dem hatte so fertig die Schadener weiter oben dürfen nur in die Welt erben macht vermarkten sie hatten und zerstörer praktisch ja jetzt werden wir die von ihr angeboteten aber nein der Zerber Teamzeit rausgehauen und nach dem er hat er mit dem Plan von ich kann ja dann gleich mit irgendjemandem den Tower hat da jemandem Worte bei Hilfe! Scheiß, das stimmt! Da stand der S-W-E-R! Mensch! Der lebt vielleicht nicht mehr ild Soll wir mal ein Fadascher machen Einfach 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 Wir sind 2 rüberjubben Notfalls Da sind sie 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 einfach okay da hat es nur sich bei euch rüber schießen er hätte das war zu früh ja da ist er dort jetzt wird die gestorben denn er will sich die ulti von dem der hat noch so ein mit und verzögerten schaden er die macht glaube ich noch mal so viel Schaden wie er vorhin mit seinen Fähigkeiten gemacht hat oder so ähnlich nee das Doppelte glaube ich so oder die Hälfte Doppelte oder Hälfte weiß ich nicht genau nein ich doppelt sicher nicht mal die den Schaden den er vorhin zu seinen Fähigkeiten gemacht hat nein nein den Schaden der macht nochmal den Schaden den er macht während du den weh während du die Ulti auf dir hast den macht ich nochmal ja aber nicht den kompletten Schaden den er an die gemacht hat nein egal im Endeffekt ich finde ich mir nicht nur das war wo man es gewesen unser Tauer hat ja fast geliebt nur noch zehnmal dann habe ich nur noch mal mein Joschi stirbt nicht ey der Typ macht ja kaum Schaden ist ja weil ich bin wohl schwach der ist richtig schlecht der Teil ja ich schiel dich die ganze Zeit oh der Pisser auch für die ganze Zeit weiter ich würde sagen wir haben was wir haben nicht springen Spanier aus Schütt er hat den Dach und Milch sie haben sein nur jetzt wird es durch warum wurde der Dingens noch verzieht das war so klar ich konnte nicht irgendwie lauflich da Bordel ein paar Wien wir haben aber auch so möglich wie er für die Sende mit dem Papier ist er einfach noch mal mehr haben Reicht nicht mehr ich habe der erste Stufe Stufe 15 und 25 der Kunde zum anderen hier und auch was ab jetzt steht irgendwo da er durch seine verfügte Passiv er war ja dann gehen warum nicht Vier hat vielleicht ich töte dir? Du brauchst nicht mehr mehr dran als du, oder? Wunder denn? Noll! Ihr habt euch gegenseitig geblühtet! Nee, die Ulti hat mir so verdammt viel Schaden gemacht. Du sollst nach ihm gestorben, oder? Nein, du bist vor ihm gestorben. Aber weil die Ulti eingetreten ist. Der macht einfach richtig hart einen Schaden. Never get all this farm, Arthur. Vor allem, wenn der auch noch so viel AD hat. Haha, mein Red ist weg! Heul doch! Heul doch! Ach, umzusch... Damit kannst du ihn dann das Tower angreifen. Ja, ja, ich weiß. Aber ich wusste, ich dachte das wäre auf einen, aber das ist ja auf... Mach mal irgendwer den Top Tower, bitte! Ja, komm, komm, KZX, KZX, wir holen uns den. Bisher war ich, ähm, nicht gefiedet genug. Oh, Blu! Hab mir irgendjemand ne Ward hierfür? Ich hab ne Ward, wo hälst denn gerne Ward? Und dann... Und dann... Und dann Ramana. Eine hab ich noch. Ey, da kommt noch Mumu. Und wo der ist weg? Und wo der ist weg? Was hast du da angewischt? Das sieht grad echt nicht aus. Wie immerhin hab ich ihn festgehalten. Mh... 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 Ey, da macht irgendwer solche guten Geiste. Mh... Mh... Alter, 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 wo kriegen wir jetzt? Den kriegen wir uns hier heute nicht verarschen? Alter, die Leute. Ich komme, ich komme, ich komme. Mh... 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 Der ist aber jetzt gleich, springt halt wieder irgendwo rüber. Hast du irgendwie slow oder so? Mh... 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 Naja, doch, Frosthammer. Na, das war nur los. Ah, die haben unsere Base gepusht in der Zeit, das war ein bisschen doof. Richtig. Wir sollten vielleicht mal den Tower da machen. Ich schaue es! die Gäste hier sind runtergelaufen anwohin wo wir sind wir müssen den Scheiß S-Rail kriegen, ne? Hey, der S-Rail ist voll gekümmt Ja, dann muss ich jetzt nur ein bisschen mal gehen Oh, seit kurz kurz gerade top durch Ja, ja Z Und Taylor Ey, die haben beide Schutzengel, so eine Scheiße Ja, und Schutzengel bringt überhaupt nicht Das Ding ist so überbewertig Das ist einfach nur eine Scheiße Ach, Mann, ich dachte, du springst drauf, Alter Ich hab die Augen getriffen Alter, ich komm wahrscheinlich noch von der Seite rein, passt ein bisschen auf Ja, ich brauche mal Das S-Rail Ja, hier ist schon wieder Schön lowlife Das ist ja eine Scheiße Ich komm schon mal ganz schnell in Schutzengel, bin gleich wieder da Wow, passt auf die Mitte, Leute Nein, das Ding ist verloren aber 50 Minuten bis er längst ja nicht verlob was haben wir denn die Fälle so? oh ja, das ist ein bisschen zu schlafen sterben sie so doch warum machst du das? ja, wenn wir eigentlich mal in dessen bitte die alter, der hat eh noch Schutzengel oh, du tötet den, tötet den ja, nix, tötet den ich tötet den ich tötet den jo, wir können eigentlich nur unsere Baseball und dann einmal ab, die ist so hart ok your turn has been destroyed der und setzen auch irgendwie die einzigen, äh die Schaden machen wer? ja, der und set ja, deswegen, ja, wir haben gewonnen ja, wir kommen erst mal in das Spiel rein ja, natürlich, so wird sich das ja auch ja, eigentlich müsste, äh, den nur einmal komplett durchsprengen nur auf den drauf ja, ich kann dir so ein Ding geben, dann slow zu den ja, die, ja genau der Tempo wird slow dann kann ich mit warte kann ich ihn stun und dann ja, es ist tot das einzige was wir versuchen könnten, wäre jetzt ein Backdoor großartige Entscheidung ja, wo denn? die kommen mit ja, wohl kaum KZX und ich können das machen ne, wenn dann müsste das wo lange nur die Ferry oder? daaaas 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 Auf Räume KZ! KZ! PLETE! 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 Scht! KZ! KZ! Wird die Wird die MZ! Wird kZ! wird KZ! 15 Sekunden bin ich wieder da. Kann ich helfen, Def. Weiter, 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 weiter. Wir bringen noch den anderen Tower. Ich geh weg, Def. Ja. Sonst hätten die nicht von uns die Mütter sind. Ja, ihr braucht aber nicht alle zurückzukommen. Geil. Wie viel Run Speed hat der Talon denn? Und wie viel Rüstung vor allem? Geil! Geil! Alter, ich brauche nicht. So, dass du mir jetzt was gesehen hast. Was, dass der umgedreht hat? Nein. Ist tot. Ach, da wäre sonst nichts geworden. Scheiße, ich dachte der Set wäre irgendeiner von mir, aber... Nein, ich meine nicht. Richtig, hab ich auch gemerkt. Wirklicherweise auch dann bemerkt. Hm. Das Spiel ist verloren. Hm? Quatsch. Never surrender. Hm. Never surrender, Trent, genau. Fliding away. Ich überlege grad, was soll ich mir denn jetzt noch kaufen? Äh, Elixirer. Gibt's denn keine Elixirer für Flati? Äh, sogar Angriffsschaden? Doch, das auch. Das sehe ich nicht. Nein, sag mal ey, was soll ich verkaufen und mir noch kaufen? Der Tapferkeit von Angriffsschaden. 15. Ich hab Brilliance, Forty, Schürr, oder irgendwas. Ich hab auch mal deinen Eutron-Mantel. Ich weiß auch gar nicht, was du damit willst. Ja, was soll ich mir kaufen? Ich dachte, du bist Magieres-Tanz oder so, aber nein. Nein, dann nicht. Du könntest dir, äh... Hextech? Nein. Äh, hier das, äh, Geistessicht. Was denn hier, äh, auf dich selbst zum Beispiel erhöht, wird bei dir vielleicht nur Sinn machen als Tank. Hm. Mach grad, ne, schau mich drauf. Ne, komm, ich drauf. Soll ich Ulti mal hinschicken? Mach. Der macht vielleicht am meisten Schaden von denen, ich glaub, das ist der... Eswil. Eswil, der... Der uns auch... Nö, Baron ist noch... Ah, die waren dort in der Nähe, oder? Die waren da... Ja, irgendwo, ne? Oh, Lord. Da war der Amogio. Ja, fass mal da auf, dass ich das ein bisschen... Da war ein Wort gekauft. Ui, 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 ui. Das ist eine Wortgezettet. Jetzt hast du aber fett Geld, oder? Jetzt hab ich die 182 von dem einen Wort bekommen. Ja, siehste. Da, sie haben Nesha. War auch noch ein Wort. Krieg mir die Nesha. Wow. Hm. Oh, Alter. Hey, guck mal, da sind Helm. Und, du sagst... Wo bist denn du? Ich hätte einfach Wiederbelebung mitnehmen sollen. Anstatt Zmeid, ne? Ne, anstatt Blitz. Okay. Eswil, ne? Das Spielgerät ist halt der Marksmann. Ja. Ja, Eswil, kommst du dran? Guck. Lider, Transfer OP. Macht schon. Wunderknack was top gelocked. Iolo. Was für'n Scheißacker, ne? Ohooh. Arthur, auch Hilfe. Arthur, auch Hilfe. Ja, mir ist nicht mehr zu helfen. Sehr gut. Ohooh. aber nicht ganz gut ist und dann können wir nicht zu trocken das sind Christus ja wenigen die kommen in den Betracht auf wo er ist dann dann und ich hatte das stand und konnte mich angriffen ist geil keine Chance was ich kann Ah ja, Alter, das ist eine Stunde vor. Einige Scheiße. So machen wir eins. Oh, dann ist die Aufnahme vorbei. Ja, das war's dann mit der Aufnahme, ne? Bist du schon raus oder nicht? 57.